Ich wollte nur wissen, wenn du mir voll bist. Ein Mechanismus, um die eindringenden Nichtswesen abzuwehren. Ich hoffe doch sehr, dass bereits anwesende Nichtswesen davon ausgenommen sind. True, true. Das war's, Zero. Ja, bye. Lieb alles glatt bei euch? Zu sehen also die Schwerter aus, die Zodiac versiegelten. Eine unglaubliche Gelegenheit, sie mit eigenen Augen bestaunen zu dürfen. Die Deutschen müssten sagen nix, okay. Gut, lasst mich noch einmal über unsere Abwehr gegen eventuelle Nichtsgesandte gehen. Der Mondwächter wird uns dabei helfen, die Schwerter wiederherzustellen. So wird der Siegezauber, der einst Zodiac gefangen hielt, diesmal die Nichtswesen binden. Allerdings wurden die Schwerter für ein enormes Wesen geschaffen. Es besteht also durchaus die Möglichkeit, dass kleinere Nichtswesen durch das sprichwörtliche Netz des Zauber hindurchschlüpfen. Daher habe ich die Loporid um zusätzliche Unterstützung gebeten, damit sie sich um solche Ausreißer kümmern. Milaiza, Zero und Uriange, dürfte ich euch nach Best Ways Rast schicken, um Living Raid zu treffen? Sicher, ich weiß zwar nicht, wer Larry irgendwie ist, aber Villanora geht, dann komme ich mit. Gut, dann bleiben Estinien, Nidana und ich hier und stellen die Schwerter wieder her, eins nach dem anderen. Wer zuerst mit seiner entsprechenden Aufgabe fertig ist, gibt Bescheid. Wir gehen die Schwerter ab, eins nach dem anderen, und mit dem hier fangen wir gleich an. Ristala macht das schon. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Die Schwerter haben wir im New wiederhergestellt, du wirst es schon sehen. Paulheit siegt. Yes. Daher muss ich nicht hoch. So hoch. Es ist viel zu lange her, Living Way. Das finde ich gut. Sympathisch. Ah, Milaiza, orientiert, da seid ihr ja. Ishila hat mir schon alles erzählt. Und wie du weißt, sind wir stolz wie Möhre auf unsere schlagkräftigen Wachsupports und stellen sie euch nur zu gerne zur Verfügung. Nur noch ein kleiner Knabberat, dann sind wir auch soweit. Gerade verlaten wir die guten Stücke, würdet ihr wohl hier im Obergeschoss warten? So ungefähr im Nordwesten? Moment, Fakt-Holdat, haben wir uns denn ja nochmal angegriffen. Ist das nicht den Nordosten, wohin wir gerade... Hast du nicht gesagt, den Nordwesten? Ja. Was für merkwürdige kleine Gesellen, aber ganz offensichtlich. Sind selbst die Freunde. Hm. 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 Es ist ein schönes Wunsch. Sie sind immer wieder dabei, wenn Sie die Bewegung von Ihnen immer helfen können. Das ist doch nicht so! Wir haben uns immer wieder eine neue Leidenschaft. Ich habe mich immer wieder zu suchen. Obwohl, die Menschen in der Arbeit stehen, das ist eine Art, eine Art oder eine Art, eine schreckliche Ultra-Happiness! Äh, äh, ist das eine Referenz auf die ... äh, auf dem wir einen stammt von dem? Wir haben uns auf die Suche nach neuen Träumen begeben. Das ist auch nicht so, dass wir uns an uns verlassen können. Ein Schlauchwäser dabei. Na, na, na. Diese Unterstützer sind grundsätzlich ein Schlauchwäser. Es gibt keine Beleidenschaften, aber das ist das. Das ist das, dass wir die Beleidenschaften, um ein Wettbewerb zu machen. Das heißt, dass die Beleidenschaften und die Beleidenschaften sind, Hm? Oh Gott. Das ist das Sleepy Ray immer noch am Schlafen. Das ist das Sleepy Ray immer noch am Schlafen. Ähm. 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 Ich mag mehr Februar. Ähm. Ich glaube, es ist ein bisschen länger dauert. Wenn ich normalerweise ein bisschen denke, dann würde ich ein paar 5-Ninjin-Bund-Kokimi-Yok machen. Nur wenn... wenn ich... Wenn ich auch... Ich... Ich könnte es noch nicht mehr dauern. Ja, das finde ich gut. Jetzt ist es dein Befehl. hier das ist alles anstrengend wenn es darum geht geht es auch um seine bewohner zu schützen sind wir selbstverständlich jederzeit bereit und sofort zur stelle und wenn ihr uns dabei noch ansporn sind wir glücklicher als jede glücksmöhre jetzt frage ich mich ob diese wesen auch unseren monka und ob sie nun zu nichts wissen sind es ist nicht unbedingt meine stärke aber ich werde mich mühen unsere flauschigen freunde angemessen anzusporen natürlich schreiten die reparaturen voran aber es könnte auch noch schneller gehen ja so gefällt mir das da fehlt mir ein das arbeiten doch gleich leichter michwesen was wer braucht ein befehl wohin wo ist denn der unterschied zwischen dem einen teilchen und dem anderen hier ach das ist ja alles anstrengend ja alles vor ja ja ich habe es auch gerade gemerkt zwei mehr und so ein unsinn wir schaffen das locker auch in anderthalb machst du dann growing way ich habe ihn gar schon angespannt ich habe das aber natürlich arbeite ich gewissenhaft und hart jawohl deine worte schmecken süß wie rübenzucker meleiser niemand kann mich so sehr motivieren wie du dann sing way online erst mal mit growing way stark sollen sie sein die wachsupports mutig sollen sie sein die wachsupports alles für die lieben leute auch von die tieres das ist die ping-wein wo du doch das ist singen singen welsing mancher ich habe das macht doch ich habe doch mit ihm schon gemacht dass du machst ihn gibt es etwas aufregenderes spannenderes und schöneres als von euch um etwas gebeten zu werden hach da du gerade so motiviert warst alle zu machen also überlasse ich dir wenn du mir bei der arbeit zusiehst strenge ich mich gleich doppelt und dreifach an eigentlich bin ich ja voll auf mit dem atmosphären wandler beschäftigt aber wenn ihr schon so mich bittet kann ich doch nicht nein sagen sieht euch nur an wie sie alle in die pfoten spucken dank eurer beherzten motivation sind die supports in nullkommanichts repariert und dann wird dem gassigen nichtswesen die möhre zurecht gerückt einfach in eure welt einfallen nicht mit uns das passt doch nicht in unserer welt die Ja, natürlich sind die repariert. Es hat sich gemeldet. Keiner da? Nee, sonst keiner. Hier rauszukommen ist zu ätzend. Soforte ich mich lieber raus, als ich fliege von ihm. Ja. So, dann kann ich ja schon mal die Linien machen. Ah, habt ihr alles erledigt? Hier hat nur eine sonderbare Kaktee versucht, ihre Nadel in mir zu versenken. Eine sonderbare Kaktee. Ja, der Luretender. Dank Astiniens wachsamen Blick konnten wir uns ganz darauf konzentrieren, die Schwerter wieder in Stand zu setzen. Gänzlich ist das so weit. Hm. Die Nichtswelt überlasse ich gänzlich euch. Ich berichte Ixtella bereits von den Begebenheiten in Bestways Rust. Doch eine Kleinigkeit habe ich dir gegenüber noch ausgespart. Ich werde euch nicht auf den dreizehnten Splitter begleiten. Ixtella und ich waren einer Meinung, dass ich indessen hier verweilen und gemeinsam mit den Lupurit und dem Mondwächter über das Siegel wachen sollte. Gute Arbeit allerseits. Die Wachsupports sind bereit, dann lasst mich noch ein letztes Mal über die Details unseres Plans gehen. Als erstes werden wir Nachrichten an Alfinu und Alizee schicken, damit sie den Turm von Barbie aktivieren und den dort gelagerten Äther gen Mond transferieren. Sobald es sich hier genügend angesammelt hat, gehen wir zur zweiten Phase über. In dieser werden Uriangie und ich gemeinsam das Ritual wirken, um ein Nichtsportal zu öffnen. Damit beginnt Phase 3 und dein Auftritt. Sobald ich dir ein Zeichen gebe, musst du Äther in das Schwert kanalisieren. So wird das Bannsiegel aktiviert. Alles bereit? Dann los! 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 Falsche Taste gedrückt! Ja. Das war weniger als ich gedacht habe. Wir sind heute sehr teци. Sehr viel Anackts صzensfass... Und nicht. Entschuldigung! Oh und principalno! Ein kleineres Schwertig sujet. Das war's für mich. Du hast den Weg gebracht! Das ist ein großes Nichtspartei. Das ist ein großes Nichtspartei. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Das ist ein Wunder, was ich? Ich habe nicht mehr gesehen, dass ich es nicht sichergestellt habe. Ich habe es nicht gesehen, dass ich die Begründung verwendet habe. Es ist zu weit weg. Jetzt schütt ich ganz kurz. Es war kurz. Wir sind auch hierhin zu der Garten, die wir von uns verletzten, Es ist ein Zeugnis für die Welt der 13. Welt. Das ist toll, Yashtora! Ich bin froh, dass wir uns in diesem Ort befinden. Danke, für alle die Unterstützung. Das war's für mich. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Aschehen hat sich um die Welt zu verbinden, 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 um die Welt zu verbinden. Soll es, warum die Welt der Welt nicht mit einem anderen Welt, sondern die Welt der Welt? Die Welt, die Welt der Welt, nur die Welt der Welt, und die Welt der Welt? Ich glaube, dass ich die Welt zurückgekehrt habe, dass ich die Welt zurückgekehrt habe. Und ich glaube, Heidelin hat sich, dass die Welt die Kraft der Welt zurückgekehrt hat. Ich glaube, er hat sich die Kraft der Welt durchgeführt. Wie ist das eine Art und Weise? Die anderen Seite ist verartigend. An der einen festen, der Void ist im D험, oder Patricia? Ich habe mir schon aber gesagt, dass es die Aufwandung der Abwärts annehmen kann. Ich glaube, dass es nicht so leicht, dass die Kräste entstehen und die Kräste entstehen können. Ich habe das letzte Mal gesehen, dass ich die größte Kraft auf dem Weg in der Höhe von der Höhe von der Höhe von der Höhe von der Höhe. Wenn ich das Wort gesagt habe, ist es nur die Vorstellung von Void. Ich glaube, dass wir die Grundsame der Grundsame der Grundsame der Grundsame nicht mehr haben. Aber in dem Jahr, in der Jahrhundert, haben wir die Welt der Welt, die die Welt der Welt zu verabschieden. Ich habe noch nicht mehr, wenn ich die Wahrheit nicht mit der Geistung abblüfen. Ich habe noch nicht mehr, wenn ich die Geistung habe. Ich habe noch nicht mehr, wenn ich die Geistung habe. Das ist noch nicht so, was ich? Ich habe noch nicht mehr, wenn ich die Geistung habe. Ich habe mir das Gefühl, dass ich nicht die Geistung von der Vöid auswählen kann. Ich kann es nicht in den Forschungsberatung haben. Jetzt, auf die Ajudaya und wir versuchen, das Vorbild für Golbeza zu verlassen. Alle, die ich in meinem Handeln bin. Ich bin ein Schwerter und ich bin ein Schwerter. Dann, ich bin an alle Jungs-Lenkin-Jutsch und die Reppoliten. Wir haben uns mit uns zusammengearbeitet, um die Garten zu schauen. Alle, bitte bitte. Wir werden bald wieder zurückkommen. So, jetzt wieder nach Void. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hast du auch diese große Bühne gefühlt? Es gibt etwas Kostet, aber ich sollte es nach unten sehen. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzt habe. Ja, das ist... Hier ist ein bisschen schrecklich. Das ist eine große Bühne. Das war in der Welt. Das war das Zodiac. Das war das Zodiac. Das ist das Zodiac. Das heißt, Sollte die Zodiacs haben, dass sie die Kraft des Zodiacs verabschiedet haben. Als sie die Welt in der Welt verabschiedet haben, hat sie auch die Kraft des Zodiacs verabschiedet. Aber in dieser kleinen Bühne sind sie ein riesiges Schmutz. Was ist der Heldeste Rogen? Ich weiß nicht, was das ist. Geh immer ruhig bleiben. Geh immer ruhig bleiben. Denken? Hat er mit Drachensprache gesprochen? Konadin wird er an! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Kuh an. Oh, wakom öte. An lietau an. Ankiensis, die es isom infesk. Wan ik hess in an, ka'ah un'an, fesk wes anul'in. Seth es lis na fesk an, neer no rel ak straedron. Esk es i nesh i gol ak. Ja harri, koko ga gorbeza no reo eki na no ka? Waris nu wo is er? Winkelpause. Ja. Tausend Jahre. Ja, jodh. For war meradar i an-an. Les i en kol-an. Zdis sorn i rum, snar tiamat an, kai ros an, ke ul ke dar morn, dis an, kai an, nal stra an. Nartal ki inais, atan endran esktai an, alkorhes i hesher udlaran eskles udan, zesra zatan uan. Snor from an hai hes inan. Ta hes an an, eil garl osk in. Ses gidir inan, kasta an. Oh, das ist eine große Herausforderung, aber ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Ich bin so ein bisschen aufgeregt. Hm. Spätisch. Ern, Em, Un, I, Mizeck, I, U, D. D. Star, Goal, As, Rear, D. Star, Sma, Os, I, Sees, Ma. Das war's für mich. Nulles Saan, Son Du Orta Sees Ah, okay. Bis hinten zu den NPCs laufen, ich versteh's. Ich find das Wetter hier schön. Leere. Oh, sogar Hitras dorthin. Hier ist das Gebiet, in dem Golbis immer wieder erscheinen soll. Wenn der Aether nicht einfach nur gänzliche Dunkelheit widerspiegeln würde, könnte ich vielleicht eine Spur oder ähnliches erkennen, aber so... Ist die Stille? Ja, das war die Stille. Ist die Nieren aus Daia ist keine gewöhnliche Gefangene. Sie ist ein hoher Drache. Von daher müssen wir herausfinden, was genau Golbis mit ihr vorhat. Koste es, was es wolle. Bin gleich bei Nidra. Ich würde schon mal zurückgehen. Um Golbis Fluch zu brechen, müssen wir ihn in die Knie zwingen. Stähle dein Herz, Milaiza. Und sprinten. Ah, das ist ja gerade ausgelaufen. Ich finde es übrigens schön, dass die Drachensprache wirklich in jeder Sprache gleich ist. Also, ob du jetzt Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch eingestellt hast. Ist immer gleich. So, so schwarz wie das Nichts. Hier ist das Gebiet von Assaya-Sprache. Sehen wir uns um, ob wir eine Spur von ihm finden. Der Rest hat sich schon aufgeteilt und hat auch bereits an meiner Suche begonnen. Nimm du dir den Süden vor. Das ist ein großes Gebiet. Das wir absuchen. Dann sagen wir jetzt noch was anderes. Okay, Biasinien, Moment. Nichts zu sehen, im Süden vielleicht. Ja, okay. Ich sah mich zwar nur kurz um, aber ich glaube nicht, dass wir im Westen etwas finden werden. Hoffentlich hast du im Südosten mehr Glück. Wo denn jetzt? Süden oder Südosten? Von Ihrer Position Südosten, das ist schon recht. Vita sagt, in den Lüften ist mir kein Gebäude oder der Leih ins Auge gefallen. Was auch immer ihn hierher zieht, Golbis muss es gut verborgen haben. Interessante Stelle. Aha. Ist das eine Inschrift? Wo ist eine interessante Stelle? Hinter Vita quasi. Ach, die, 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 dieser Glock. Im Schatten der Felsen siehst du etwas funkeln. Oh. 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 Hast du etwas Interessantes gefunden? Die Sequenz bei der Interessante Stelle. Die Sequenz mit dem Sieg. Sie haben die Verkaufung. Sie haben die Verkaufung? Was ist das? Haha! Das ist nicht so. Sie sind nur so dumm und schuldig. Sie sind nicht so dumm. Sie sind auch... Ich habe mich für alle geholfen. Ich denke, dass ich mich für meine Lieblingsbewerke schreibe. Ich habe mich für mich zu verabschieden. Das war's für mich. Ich habe mich für mich. Ich habe mich für mich. Sie mögen aber sie in Erlösung erfahren. Ich bin sehr dankbar für sie. Sie ist die wirkliche英雄. Das war's für heute. Ich glaube, dass du das Team mit einem Mann verraten kannst. Ich glaube, dass du dich schockt. Ich glaube, dass du dich mit dem Mann geholfen hast. Ich glaube, dass du dich mit einem Mann verraten kannst. Ich denke, dass ich mit einem anderen Schweren kämpfe bin. Das ist gut. Ich glaube, dass ich jetzt noch ein paar Freunden sein kann. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, dass ich mit einem Schweren mit einem Schweren zu gehen. Ich glaube nicht, dass ich es nicht so gut gehen kann. Also, ich werde gleich gehen. Ich denke, dass ich es nicht so gut gehen kann. Oh, das ist es, glaube ich. Es ist auch ein Gehirn von der Zeit, oder? Oh, das ist doch so gut. Es ist ja gut, ich und ich, wenn meine Leute sind, sind wir 100 Menschen geworden. Das ist das Problem. Es ist besser, wenn man sich nicht mehr auf dem Wasser verwendet hat. Das ist das Problem. Es ist nicht mehr so, was ich noch nicht verletzt. Ich sage euch, dass du mit dem Herrn zurückkehren kannst. Gehen wir zurück. Ich bin der Völfe von uns. Ich habe schon wieder einen Zeitraum gesehen. Ich habe noch gerne gesehen, dass ich die Geschichte in meinem Leben gesehen habe. Ich habe noch eine Menge gesehen, wenn ich mich habe. Ich habe noch lange gesehen, ob ich das Gehirn gesehen habe. Ich habe noch keine Ahnung, ob ich den beiden Kollegen gesehen habe. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Das war's für heute. Das war's für mich. Das ist gut. Ich würde sagen, es gibt noch andere. Du bist, mein Gehirn für meinen Gehirn gebetet? Wenn du dann, was du? Ich weiß, was ich? Ich habe mich mit meinem Kampf umgekehrt. Ich bin der Geist, der Heilige Geist. Ich bin der Geist. Ich bin der Geist. Ich bin der Geist. Ich bin der Geist. Das ist ein Vergnügen, nicht der Geist? Ich weiß, dass ich nicht das Geist oder was ich weiß. Ich weiß nicht, aber ich will nicht nur meine Kraft, sondern meine Kraft. Wenn ich nicht so, dass ich mich nicht so fühle, dann wird es ein Geist. Ich habe viele Sachen, die ich selbst will. Ich werde für meine eigenen Willen, um meine Freunde zu tun. Ich werde das Schnellbein mit einem Schlauch umgelegen. Das ist doch so. Es ist das Wichtigste. Ihr Ziel ist, dass diese Rüge ist. Ich habe den Rüge gehört, dass die Kategorie des Schrauches nicht nur den Kategorischen Schrauch zu nehmen. Ich habe mich dazu gezeigt, dass die Rüge von Rüge aus dem Rüge ausgeschlagen haben. Das war's für mich. Das war's für mich, dass du hier in der Welt gekommen bist. Wenn ich mich nicht, dass der Ruhig fühlt, dass der Ruhig fühlt. Ich will zurück. Ich will zurück in die Welt, in der Stadt der Welt. Das ist der Grund, dass der Ruhig ist! Das ist der Grund, was ich zu retten? Das war's für heute. 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 Das ist ein Widerstand. Ich weiß, dass ich mich an den Ruhm nicht verletzeuge habe. Wer ist der Widerstand? Dann... ...zurecht. Und dann... ...zurecht. Und dann? ...zurecht. Dann... Ja? Ja. Ja. Ich glaube. Ich werde dich besiegen und das Daia retten. Ich glaube. Also, hier ist ein wunderbarer光. Ich bin an der Erde. Ich werde dich in die Blutverzicht sehen. Ich werde dich herausfinden, und ich werde dich auszudr Margaret erinnern. Ich werde dich das Gäste abgeration haben, doch können sie auch auszutreffen. Ich werde dich zu retten, Auf die Golbes. Oh ja. Oh ja, schon irgendwie schizilliert. Also, ich schätze mal, ich gehe richtig der Annahme, dass das die Rüstung seines Freundes ist. Ist wahrscheinlich, ja. Ja, Durante, weil wir haben ja den Memoria-Kristall gefunden und dann haben wir ja die Erinnerung bekommen von ihm quasi. Und, ja. Und Durante hat einfach seine Rüstung irgendwann übernommen. Genau, wahrscheinlich. Habe ich auch gedacht. Ja. Das würde nämlich Sinn machen, weil bei Scamillione haben wir ja auch den Memoria-Kristall bekommen und dann auch eine Version von Scamillione gehabt. Würde andersrum, glaube ich, keinen Sinn machen. So, Prophetie Golbes, du hast es gemeinsam mit den Kameraden vollbracht, ein neues Nichtsportal in Mare Lamentoren zu öffnen und so die blutrote Oberfläche des Mondes des 13. Splitters erreicht. Dort entdeckt ihr endlich Astaria, welche in einem gigantischen Krater des Himmelskörpers gefangen ist. Doch just als ihr dabei wart, sie zu befreien, erscheint Golbes und verwandelt den Hohen Drachen endgültig in ein Nichtswesen. Der Schwarze Ritter muss aufgehalten werden, bevor er Astaria für seinen heiligen Krieg weiter missbrauchen kann. Seid ihr ready? Und ja, man kann hier runterfallen, Dragoon. Ich hab's immer noch nicht zusammengebracht. Man kann hier nicht runterfallen. Man kann hier nicht runterfallen. Ach so, du meinst in den Kampf selbst später. Ja, im Kampf kann man hier runterfallen. Das würde Sinn machen, aber jetzt gerade nicht. Nein, jetzt nicht. Kampf. Wir stellen auf den Würfel, ich glaub, der Drahtse. Also, in Olle... Was ist denn für ein Zeichen? Welches? Das aber auf den Würfel? Ich würd sagen, das ist dasselbe Zeichen, was wir haben, nur als Dunkelheitssymbol. Nee. Nee, ich meinte eigentlich eher das, äh, das von Questzeichen, das. Äh. So ein Fall, meinst du? So ein Fall, meinst du? Ja, ja, das heißt, dass das in seinem anderen Ort führt. Nein, Instanz führt. Was haben sie noch eingeführt? 가 Notice offered. Okay, we know the author You're next? Let's go. I love honey, And I've got you today. Praise God. You've got you? Dude, I love the truth. Wow. Really Hello.